Nichts gegen gläubige Menschen, natürlich. Boah, das wäre jetzt voll hart, wenn ich das erzähle, aber das ist mir gerade in meinem kranken Kopf irgendwie voll entstanden. Weißt du, vielleicht wollte Gott ja auch einfach nur quasi irgendwie schwulen Gangbanks irgendwie anprangern oder so. Verstehst du, was ich meine? Da habe ich gesagt, mir gerade nichts, das musst du weiter ausführen. Du darfst jetzt nicht einfach aufhören zu reden. Wenn der da, vielleicht, der hat sich einfach gedacht, weißt du was? Weißt du, ich bin, ich stehe voll auf so einen Scheiß und ich muss jetzt einen Vertreter auf die eine schicken. Und dann hat der dann halt so Männer um sich herum gescharrt, ja? Und dann gab es halt ein geiles Abendmahl, ja? Und dann ist einer halt auf die Dinge gekommen, den zu verraten. Und dann führte die ganze Scheiße halt an, ja? Und dann hat er sich gesagt, scheiße, man wollte dich gar nicht kommen lassen. Ey, jetzt verehren die den voll, weil er ins Kreuz genagelt worden ist und all so eine Scheiße. Vielleicht wollen sie einfach nur einfach den Leuten sagen, ey, es ist voll geil, wenn mehrere Männer zusammen richtig geile Scheiße machen. Also hier ist es quasi. Ja, so direkt wollte ich es dir jetzt nicht sagen, aber... Ja, du hast es schön durch die Blumen nur gesagt. Ja, und jetzt, guck dir das an, jetzt bauen wir Kirchen, haben einen Papst und der denkt sich, alter, das wollte ich alles gar nicht. Ich wollte nur ein Schwulengegenmenge haben. Ja, nein, der wollte das verbreiten, sag ich mal. Er wollte diese Praktiken halt bekannt machen, aber naja, es ist halt ein Abendmahl draus geworden. Ey, das passt eigentlich voll. So wie du das erzählt hast, es gibt bestimmt auch ein Bild von zwei Stunden später nach dem Abendmahl. Das wird aber von der Kirche im Vatikan auf den Schluss gehalten. Deswegen können die Schwulen eher ja auch nicht ausstehen. Weißt du, das passt alles zusammen. Die wollen alles, die versuchen alles, um das zu verhindern, ja? Um das zu vertuschen. Dass es in Wirklichkeit so ist. So sieht's aus. Und Gott lacht sich richtig krass einen ab, während er ist eine schöne Potpfeife drauf. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, der Junge ist ja altwissend. Der weiß ja, was alles abgeht. Der muss ja eigentlich zynisch sein und über so was mitlachen. Nichts gegen gläubige Menschen natürlich.